Coca-Cola hat mit MyCCP im vergangenen Jahr ein eigenes Kundenportal gestartet. Warum? Wir sehen, dass Kundenportale immer mehr an Relevanz gewinnen. Und MyCCP ist unsere Chance, einen digitalen Erfolgbaustein für uns zu schaffen, der uns es ermöglicht, unsere Kunden ganz anders anzusprechen und zu bearbeiten. Und wir sehen auch, unser Kunde möchte Digitalisierung und möchte auch 24-7-Erreichbarkeit haben. Wie ist die Bilanz der ersten Monate? Was kommt an und was wird genutzt? Wir sind richtig stark gestartet und wir merken auch, die Kunden sind auch immer digitaler und fordern auch wirklich Informationen ein. Also sie möchten über News und über Innovationen immer sofort informiert werden. Wir sehen auch, dass die Werbemittel abgefragt werden. Und wir haben was ganz Neues, die Integration vom Milo-Deal-Designer. Das heißt, die Kunden können über unsere Plattform wirklich ihr eigenes Kombimenü gestalten und das kommt total gut an. Und was habt ihr für MyCCP vor? So, wir wollen noch mehr indirekte Kunden für unser Portal begeistern. Und dafür arbeiten wir gerade an einer Aktionsbestellung. Das heißt, auch der indirekte Kunde kann in Zukunft Aktionen über uns beziehungsweise sein GFGH bei uns bestellen. Das heißt, auch der indirekte Kunde kann in Zukunft Aktionen über uns bestellen. Das heißt, auch der indirekte Kunde kann in Zukunft Aktionen über uns bestellen. Das heißt, auch der indirekte Kunde kann in Zukunft Aktionen über uns bestellen.